Sigi Schmidt ist als Trainer von Los Angeles Galaxy zurückgetreten. Der Verein des schwedischen Superstars Zlatan Ibrahimovic war mit dem deutsch-amerikanischen Coach die letzten sechs Spiele ohne Sieg geblieben. Ich habe in den USA in verschiedenen Ligen über 35 Jahre lang als Trainer gearbeitet. Nach reiflicher Überlegung habe ich entschieden, für den Moment als Coach zurückzutreten. Aber ich will dem Sport erhalten bleiben, erklärte 65-Jährige. Als Übergangslösung wird Assistent Dominik Hinner die Nachfolge übernehmen. Die Kalifornier haben fünf der letzten sechs Spiele verloren und sind in der Western-Konferenz auf den achten Platz zurückgefallen. Ibrahimovic kann Negativ-Trend nicht stoppen wie Schmidt zugab, sei der Zeitpunkt nur sechs Spiele vor dem Saisonende alles andere als optimal. Dennoch glaube er daran, dass der Verein es in die Post-Season schaffen kann. Ich glaube, dass die Mannschaft zusammenrücken und unter Domsführung um einen Playoff-Platz kämpfen kann. Am Negativ-Trend der Galaxy konnten auch die Tore von Ibrahimovic nichts ändern. Seit seiner Ankunft im März erzielte der Stürmer 16 Tore in 21 Spielen. Der Rückstand auf den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte, allerdings haben die dort platzierten Seattle Sounders bisher zwei Spiele weniger als die Galaxy absolviert. Werbung Werbung Der Rückstand auf den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte, allerdings haben sie in den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte, allerdings haben sie in den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte, allerdings haben sie in den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte, allerdings haben sie in den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte, allerdings haben sie in den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte, allerdings haben sie in den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte, allerdings haben sie in den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte, allerdings haben sie in den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte, allerdings haben sie in den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte, allerdings haben sie in den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte, allerdings haben sie in den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte, allerdings haben sie in den letzten Playoff-Platz beträgt drei Punkte,